Die Wall Street sieht ein ähnliches Bild wie am Vortag. Die meisten Ergebnisse fallen besser als erwartet aus. Goldman Sachs ist eine Ausnahme. Hier enttäuschend die Ertragszahlen. Die Aktie ist aber nur minimal schwächer. Gleichzeitig schrauben Analysten ihre Kursziele weiter nach oben. Unter anderem für Rivian, First Solar, für Morgan Stanley und allen voran. Und insbesondere für Microsoft. Die neue Preisstrategie im KI-Bereich wird gefeiert. Das Wachstumspotenzial nimmt bei dem Software-Giganten weiter zu. Nach dem Closing stehen die Ergebnisse an bei Tesla, bei Netflix und bei IBM. Es bleibt also ausgesprochen spannend. Die Story an der Wall Street könnte aktuell kaum besser sein. Wir sehen Ergebnisse, die überwiegend die Erwartungen schlagen. Wir sehen sinkende Rezessionsrisiken. Goldman Sachs schätzt das Risiko für die USA auf Sicht der nächsten zwölf Monate nur noch mit 20 Prozent ein. Global übrigens ähnlich, wenn man sich die Bank of America Umfrage bei den globalen Fondsmanagern anschaut. Für den Juli 68 Prozent rechnen auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einer weichen globalen Wirtschaftslandung. Also weniger Inflation. Die Wirtschaft bleibt immer noch auf Kurs. Keine Rezession. Weil die Inflation so stark zurückläuft, muss die amerikanische Notenbank die Wirtschaft nicht in eine Rezession zwingen. Kommende Woche dürfte der Leitzins nochmals angehoben werden um 25 Basispunkte. Das war es dann aber auch. Die Wall Street feiert also auf breiter Front. Schauen wir uns kurz die Ertragszahlen mal an. Wir haben die meisten Ergebnisse über den Erwartungen des Marktes. Halliburton verfehlt leicht auf der Umsatzseite, aber das Ergebnis besser als erwartet. Baker Hughes, Umsatz und Ertrag über den Erwartungen. Alley Financial, Ertrag über den Zielen mit sehr vorsichtig optimistischen Aussagen zu dem jetzt laufenden Quartal. Und der Star des Tages, die Aktien von Carvana, ein Plus schon vorbörslich von über 37 Prozent. Der Umsatz ist zwar deutlich gesunken im Vergleich zum Vorjahr auf drei Milliarden Dollar. Das ist ein Minus von etwa 25 Prozent. Aber damit wurden trotzdem die Schätzungen des Marktes um eine halbe Milliarde Dollar übertroffen. Schauen wir uns kurz Goldman Sachs an. Das ist so eine der wenigen wirklich enttäuschenden Zahlen. Der Ertrag pro Aktie 3,08 Dollar, 3,94 Dollar wurden erwartet. Man darf aber hier eins nicht vergessen. Es gab sehr viele einmalige Faktoren, die hier rausgerechnet werden müssen. Das Ergebnis würde immer noch die Schätzungen verfehlen, aber bei weitem nicht so dramatisch. Der Umsatz lag außerdem über den Erwartungen des Marktes. Unterm Strich also hält sich die Reaktion bei der Aktie in Grenzen nur ein sehr leichtes Minus. Ein Plus endlich zur Abwechslung mal bei AT&T. Wir hatten tagelang immer wieder Berichte im Wall Street Journal zum Thema der bleibeschichteten Kupferkabel, die jahrzehntelang verwendet wurden. Wie groß ist das Finanzrisiko, das Klagerisiko? Die Wall Street stand da in den letzten Tagen so ziemlich im Dunkeln. Jetzt sagt AT&T weniger als 10 Prozent des Kupfer-Telekom-Netzes seien mit bleibeschichtete. Thema gesundheitliche Risiken, wie gesagt, die Aktie feiert heute ein Comeback von über 5 Prozent. So, schauen wir uns die Analystenseite an und da wird weiter gefeiert. Die Kursziele von Rivian werden angehoben bei Mitsuo auf 30 Dollar. Das Kursziele von First Solar bei JP Morgan jetzt 192 Dollar. Bei Morgan Stanley auch viele positive Kommentare nach den ausgesprochen robusten Zahlen und vor allen Dingen den sehr positiven Kommentaren des Managements zum Ausblick. BMO Capital hebt das Kursziel auf 103 Dollar an. Wells Fargo und die Bank of America auch auf 100 Dollar. So, Microsoft aber ist der Star des Tages bei den Analysten. Die Aktie reagiert heute nicht besonders stark, konnte aber bereits am Dienstag einen Börsenwert von 120 Milliarden Dollar hinzugewinnen. Microsoft hat gestern Nachmittag während der Handelstunden die neue Preisstrategie vorgestellt für Microsoft 365 Co-Pilot. Das sind quasi die KI-Tools, die mit integriert werden können als Zusatzpaket in Microsoft 365, wenn man das hinzubucht, kostet 30 Dollar pro Nutzer. Und das ist wesentlich mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Die Schätzungen lagen zwischen 25 Dollar. 30 Dollar, das bedeutet viel Umsatzpotenzial. Wells Fargo schätzt, dass man insgesamt damit bis zu 60 Milliarden Dollar an Umsatzopportunitäten hat. Bei Mitsuo wird geschätzt, dass man bereits bis Ende Fiskaljahr 2025, wenn nur 20 Prozent der Microsoft 365 Nutzer das Zusatzpaket buchen, 9 Milliarden Dollar Umsatz generieren wird oder 19 Milliarden Dollar, wenn 40 Prozent der Kunden das Angebot annehmen sollten. So, die Bank of America glaubt außerdem, dass Microsoft die Umsatzziele im abgelaufenen Quartal übertreffen wird. In Kürze werden hier Ergebnisse gemeldet. Bernstein auch positiv. Man betont hier nochmals ganz wichtig, dass der Co-Pilot dieses Paket nur Microsoft 365 betrifft und nicht Office 365. Und dahinter steckt die Strategie, die Nutzer Richtung Microsoft 365 zum Umsatz zu bringen. Und auch das würde natürlich in der Kasse klingeln, weil die Margen hier höher sind für Microsoft. Also der Konzern macht alles richtig. Einer der großen Gewinner im Bereich der künstlichen Intelligenz. Daran besteht kein Zweifel. Und ich bleibe mal im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir haben Nvidia mit einer neuen Partnerschaft Lambda Research. Das Unternehmen nimmt eine Beteiligung an Lambda Research, investiert dort also Nvidia neben Microsoft und AMD, einer der großen Gewinner im KI-Universum. Ein Wort noch zu American Airlines. Wir hatten gestern den großen Tarifabschluss bei United, eher dem Konkurrenten im Bereich der Piloten. Die dürfen sich freuen. Die werden richtig satt bedient. Das Dumme bei American Airlines, man hat mit dem Piloten nur eine vorläufige Einigung und keine Finale. Und die Piloten dort, die Gewerkschaft, schaut sich jetzt United an und sagt, well, liebe American Airlines Geschäftsführung, hier könnt ihr doch noch ein bisschen mehr drauflegen. Kann also durchaus sein, dass die Aktien von American Air heute darunter leiden werden. So, nach dem Closing gibt es immer noch sehr viele wichtige, spannende Ergebnisse. Unter anderem von Alcoa Discover Financial, von IBM, Las Vegas Sands, von Netflix, von SL Green und Tesla und United Airlines. Tesla und Netflix natürlich besonders wichtig nach dem gewaltigen Kursgewinn. Und bei Tesla wird man sehr stark darauf achten, ob die Margen im Autobereich unter Druck geraten und wie sich die Lagerbestände im zweiten Halbjahr entwickeln werden. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.